Und so können wir es dann schaffen, immer wieder 200 Euro alle 20 Minuten zu verdienen. Achtung, es gibt einen brandneuen Weg, online Geld zu verdienen und diese Strategie solltet ihr jetzt auf jeden Fall nachmachen, um das maximal für euch rauszuholen. Heute gibt es mal eine extrem einfache Methode zum Geldverdienen, die jeder sofort nachmachen kann. Aktuell hören wir an jeder Ecke, dass alles teurer wird. Benzinpreise werden teurer, Essen wird teurer, Trinken wird teurer, Wohnen wird teurer, alles wird teurer und viele haben wirklich Angst, dass sie in Zukunft ihr Leben gar nicht mehr finanzieren können. Das heißt, dass sie vielleicht sogar in Armut rutschen. Um das natürlich zu vermeiden, gebe ich euch hier jeden Tag neue Methoden zum Online-Geldverdienen mit an die Hand. Das Ganze könnt ihr ganz einfach Schritt für Schritt nachmachen. Die Methode, die ich euch heute vorstellen möchte, ist so einfach, dass sie wirklich jeder nachmachen kann. Das meine ich wirklich so. Das heißt, jeder, egal wie alt man ist, jeder kann es einfach nachmachen. Wieso das so einfach ist, das werdet ihr gleich verstehen. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geldverdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriöses Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Du bist immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute haben wir eben einen sehr, sehr spannenden Weg, wie es jeder schaffen kann, Online-Geld zu verdienen. Vorher noch ein ganz kurzer Hinweis und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, kommt ihr auf diese Seite. Hier lernt ihr ganz genau, wie ihr es schaffen könnt, mit 0 Euro Startkapital selbst in Immobilien zu investieren, das heißt, selbst Vermieter zu werden und jeden Monat Mieteinnahmen zu generieren. Dazu könnt ihr euch hier alle Infos kostenlos holen. Wir haben gerade wieder ein paar top-renovierte Immobilien aus Deutschland in unser Portfolio aufgenommen und ihr könnt jetzt dort selbst Besitzer bzw. Vermieter werden. Alle Infos könnt ihr in der Videobeschreibung dazu erfahren. Wichtig ist, ihr benötigt dafür einen Job und mindestens 2.000 Euro Nettoeinkommen. Wenn das der Fall ist, meldet euch gerne bei mir direkt per WhatsApp, dann könnt ihr auch selbst Vermieter werden und euch ein passives Vermögen ohne Startkapital damit aufbauen. Link dazu in der Videobeschreibung. Jetzt geht es los mit der Methode für das heutige Video. Jetzt schauen wir uns den einfachsten Weg an, mit dem jeder nebenbei Geld verdienen kann. Bleibt jetzt unbedingt bis zum Ende dran, denn es geht direkt schon los. Und zwar sind wir dazu in Schritt 1 auf der Plattform Fiverr und hier gibt es jetzt einen brandneuen Bereich und zwar hier, wenn wir mal auf den Punkt Texten übersetzen gehen, sehen wir folgendes. Und zwar hier ist es auch markiert mit neu. Der Bereich Content Strategie ist aktuell extrem neu auf der Plattform und bietet enormes Potenzial. Ich habe mal ein paar Beispiele für euch rausgesucht. Und zwar kann man in diesem Bereich auf Fiverr aktuell extrem gutes Geld verdienen. 250 Euro, 300 Euro, teilweise sogar auch über 1400 Euro und das Ganze hier mit der Content Strategie bzw. mit Content Strategien, aber auch natürlich im Bereich E-Book. Und dazu habe ich hier mal diesen Kollegen hier rausgesucht bzw. diese Kollegin. Und zwar hier, ich werde eben ein E-Book schreiben und dafür bekommen wir tatsächlich nicht nur knapp 200, sondern sogar knapp 300 Euro, 295,58 Euro bzw. 295,58 Euro, um genau zu sein, für ein E-Book mit knapp 30.000 Wörtern. Und ja, wie ihr das Ganze hier eben machen könnt, das zeige ich euch jetzt und was natürlich am Anfang erstmal wichtig ist. Hier sehen wir beispielsweise, diese Person hat auch gerade wieder einen Auftrag in der Warteschleife. Das heißt, hier haben wir ganz klar den Beweis, solche Aufträge werden verkauft. Und ich werde euch natürlich noch ganz genau zeigen, auch anhand eines anderen Beispiels, wie man hier einen solchen Auftrag hier erstellen kann, auch in anderen Bereichen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Zuallererst schauen wir uns einmal an, wie wir hier relativ einfach ein E-Book schreiben können. Dazu gehen wir hier einmal auf Google Bart. Das heißt, wir geben hier Google Bart ein. Google Bart ist ja die Künstliche Intelligenz von Google, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Und ich sage direkt dazu, Google Bart oder andere Künstliche Intelligenzen sollte man nur als reine Inspirationsquelle nutzen, also jetzt nicht Copy and Paste. Und hier können wir jetzt mal Folgendes eingeben, und zwar hier schreiben wir den sogenannten Prompt rein. Schreibe mir ein E-Book. Und jetzt können wir ein ganz einfaches Beispiel machen zum Thema digitales Marketing. Das ist so ein klassischer Auftrag, der eben sehr, sehr häufig vorkommt. Und hier können wir jetzt einmal auf Senden klicken. Und jetzt wird das Ganze schon automatisch hier geschrieben, in wirklich wenigen Sekunden. Und ich werde das Ganze jetzt hier nicht cutten. Das heißt, ihr seht wirklich live jetzt in diesem Video ungeschnitten, wie lange das Ganze dauert. Und jetzt ist es auch schon fertig. Google Bart ist in diesem Bereich wirklich Hammer. Hat hier schon die ganzen Bereiche aufgelistet. Affiliate Marketing, E-Mail Marketing, Social Media Marketing und so weiter und so fort. Und was wir jetzt machen können, ist uns das Ganze einmal kurz zu kopieren. Und ich weiß, ich habe eben gesagt, kein Copy and Paste, aber ihr wisst gleich, warum ich das jetzt trotzdem kopiere. Und zwar, jetzt geht es weiter auf der nächsten Seite. Und zwar können wir jetzt hier bei smodend.io unseren Text umschreiben lassen. Das heißt, wir können das Ganze hier einmal einfügen und dann hier eben einmal komplett umschreiben lassen. Und dann hier eben raufklicken. Das Ganze geht wirklich auch innerhalb von kürzester Zeit. Und jetzt haben wir hier schon einen neuen Text. Und jetzt werden wir diesen Text beispielsweise auch nochmal kopieren. Und jetzt geht es weiter mit einer weiteren Plattform. Und zwar, jetzt geht es weiter mit einer Website, die ich noch nie gezeigt habe hier auf YouTube. Deswegen gebt auf jeden Fall schon mal gerne einen Daumen hoch für mehr geheime Websites. Und zwar hier mit der Website undetectable.ai. Denn hier können wir eben Texte wirklich vermenschlichen. Was meine ich damit? Wie der Name schon sagt, ist undetectable. Es gibt natürlich aktuell auch zahlreiche Tools, zum Beispiel auch auf Amazon, die zum Beispiel erkennen, oder auf Amazon, wie andere Leute sagen, die erkennen können, ob Texte zum Beispiel mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt worden sind. Und dieses Tool kann eben Texte eben sehr, sehr menschlich erscheinen lassen, beziehungsweise vermenschlichen. Und das heißt, wir werden jetzt hier mal unseren Text einfügen. Und hier können wir jetzt einmal auf Humanize klicken. Das heißt, hier draufklicken und hier dann nochmal das Ganze akzeptieren. Und dann haben wir hier schon diesen Text gleich. Wir bekommen ja auch tatsächlich, wenn wir uns anmelden, direkt nochmal 240, 250 freie Wörter. Ihr könnt das Ganze tatsächlich auch noch mit anderen Plattformen machen. Und zwar zum Beispiel mit Quillbot. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Und zwar hier sind wir jetzt auf Quillbot.com. Hier können wir den Text auch nochmal einfügen und dann hier nochmal umschreiben lassen mit einem einzigen Klick. Und jetzt haben wir wirklich einen kompletten Text, den wir hier eben verwenden können. Und was jetzt wichtig ist, hier können wir das Ganze jetzt einmal kopieren. Dann wirklich zum Beispiel noch einmal die Farbe ändern, die Schriftart ändern und natürlich noch ein paar eigene Sätze, eigene Leistungen hinzufügen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit ein eigenes E-Book geschrieben. Und das Ganze könnt ihr dann wirklich in unter zwei Stunden machen und damit dann immer richtig gutes Geld verdienen. Ja, wichtig zu sagen, das war jetzt nur ein Beispiel im Bereich E-Books. Es gibt natürlich auch noch Bereiche, in denen man noch deutlich mehr verdienen kann. Zum Beispiel 1.400 Euro. Oder hier eben auch im Bereich Werbetexte über 400 Euro. Oder hier im Bereich Marke, Stimmen, Identität und Content-Strategie 444 Euro. Hier sogar nochmal speziell für Unternehmen wieder über 1.400 Euro. Also da steckt aktuell extrem viel Potenzial drin. Und diesen neuen Bereich solltet ihr auf Fiverr auf jeden Fall nutzen, weil da gibt es noch nicht so viel Konkurrenz. Und da ist es auch nicht allzu schwierig, nach oben zu kommen. Zumal es natürlich so ist, wenn ihr zum Beispiel hier ein Angebot habt, dann braucht ihr schnell Bewertungen. Dann könnt ihr es eben so machen, dass ihr zum Beispiel drei, vier bekannte Freunde, Familienmitglieder, wen auch immer nehmt. Und die kaufen dann euren Service, bewerten euch am besten natürlich dann mit 5 Sternen, wenn es natürlich der Wahrheit entspricht. Die sollen natürlich eine ehrliche Bewertung da lassen. Und dann kommt ihr ganz, ganz schnell in neuen Bereichen nach oben und könnt hier extrem schnell gebucht werden und richtig gutes Geld verdienen. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch geben für solche Insider-Tipps. Übrigens, falls ihr noch weitere Strategien zum Thema Geld verdienen mit künstlichen Intelligenzen haben wollt, schaut gerne auf unserer Seite ki-geld.com vorbei. Habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommt ihr auf diese Seite, wie ich 2023 eine künstliche Intelligenz für mich habe arbeiten lassen. Hier beweise ich ganz genau, wie ich über 2.000 Euro und gerade einmal eine einzige Woche passiv mit einer künstlichen Intelligenz verdient habe. Hier bekommt ihr den künstlichen Intelligenz-Meisterkurs mit über 50 HD-Videos, mit Videos, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Hier lernt ihr ganz genau, wie ihr ohne Vorwissen, ohne Startkapital und ohne Risiko mit KIs Geld verdienen könnt. Und aktuell gibt es hier eine Sonderaktion und zwar 14 Tage lang gibt es das Ganze komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung. Hier einfach auf 100 Euro starten klicken. Dann öffnet sich schon die nächste Seite. Müsst ihr nur eure E-Mail einmal eingeben. Wichtig, die E-Mail auch richtig eingeben. Dann wird das Ganze zugeschickt. Ganz wichtig, auch im Spam-Ordner schauen. Super Sache, ki-geld.com habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. So und jetzt zeige ich euch nochmal Schritt für Schritt, wie ihr euren E-Book-Text mit Hilfe von Google Docs bearbeiten könnt. So, das heißt, wir können jetzt hier Google Docs eingeben, dann hier rauf gehen. Das Ganze ist so ähnlich wie Microsoft Word. Habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal gezeigt. Das heißt, wir können hier ein leeres Dokument dann auswählen und dann hier eben dann unseren Text ganz einfach mit einem einzigen Klick einmal einfügen und dann hier eben quasi nach Lust und Laune nochmal bearbeiten. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Text, müssen wir hier mit STRG V einmal einfügen und hier können wir das Ganze jetzt nochmal eben markieren. Hier nochmal die Schriftart ändern, zum Beispiel hier zu dieser Schriftart oder zu einer anderen Schriftart. Und jetzt können wir hier eben nochmal die Größe verändern oder auch zum Beispiel Sachen markieren und jetzt hier das Ganze nochmal wirklich umschreiben, wirklich nochmal an eigenen Worten oder nochmal was hinzufügen. Und dann eben hier oben auf Datei speichern bzw. herunterladen klicken. Dann können wir eben auswählen, ob wir das Ganze eben als Word-Datei haben wollen oder zum Beispiel als PDF-Datei. Das ist natürlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und dann kann man hier eben damit das E-Book richtig einfach erstellen und dann eben dem Kunden zuschicken lassen. Wichtig ist, ich sage es nochmal, nutzt die künstliche Intelligenzen wirklich nur als Inspirationsquelle und nicht eben wirklich stumpfes Copy & Paste verwenden. Das ist eben nicht erwünscht und wenn ihr wirklich auf der sicheren Seite sein wollt, nutzt wirklich das Ganze eben als Inspirationsquelle und habt auch noch eine gewisse Eigenleistung mit dabei. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss man für diese Methode ein Gewerbe anmelden? Und dazu kann ich sagen, wenn man das Ganze dauerhaft und langfristig mit Gewinnabsicht machen will, muss man dafür auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch eine Lösung, Online-Geld zu verdienen, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen. Klick dazu jetzt einfach auf das Video, was ich hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort erkläre ich nochmal ganz genau, wie man es schaffen kann, ohne Gewerbe langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen. In dem Video zahle ich mir auch mit Beweis 1000 Euro aus. Das heißt, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.